Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Omsi 2. Ja, meine Damen und Herren, wir sind wieder in Baumgarten und fahren jetzt mal ganz chillig hier weiter. Das war gerade der Weingartenweg. So, so schnell brauche ich gar nicht zu fahren, weil wir sind viel zu früh im Fahrplan. Aber egal. Fahren wir einfach ein bisschen ruhiger, dann passt das. Halten wir uns mal ausnahmsweise an die 30, die hier normalerweise gelten, die aber keine Sau interessieren. Das war so gewollt. Scheiße. Oh Gott, biegt ab, biegt ab. Ihr müsst abbiegen. Bitte, sonst passt das nämlich alles nicht. So. Wo haben wir denn? Da ist die Baustelle mit der Ersatzhalterstelle. Wir fahren rein. Muss aber ja keiner, ne? Ah, wir sind aber eine Minute zu früh. Ha! Ich halte die da hinten auch alle auf, Bitches. So, jetzt müsst ihr leider eine Minute warten. Ihr könntet ja dran vorbeifahren, aber nein. Kann es sein, dass die Autos nicht mehr hupen? Hm, interessant. Vorher hupten die immer so blöd rum. Das ist aber jetzt irgendwie gar nichts mehr. Kann das sein? Ich weiß es nicht. So. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich stelle jetzt manuell eine Stunde vor. Eine Stunde. Aha. Sie hätten fast Ihren Bus verpasst, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, verstehen Sie? Verstehen Sie? Schneller! Ach, eine Frisse. Oh, oh, oh. Messe. Parkplatz. 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 Verdammt. Ja. Gucken wir mal gerade. Ich glaube, der geht gar nicht so weit mehr. Messe, Parkplatz. Sind nur noch ein paar Haltestellen. Können wir schon wieder zurückfahren. Und dann machen wir den Rest in der letzten Episode. Auf dieser Map. Und dann geht es nämlich an eine neue. Yay. So. Da ist der Kollege. Mit der 17. Stopp. Was habe ich da gerade gesehen? Dreht die Hinterachse bei denen? Total irre. Das sah gerade so aus, als würde sich die Hinterachse extrem irre weiterdrehen. Da hängt es. Blöde Kuh. Wollte doch eh hier raus. Ähm. Ja. Omsi. Das bugloseste Spiel aller Zeiten. Ich muss noch mal was nachgucken. Es könnte nämlich sein, dass ich ein kleines Problem habe. Nein. Scheinbar nicht. Weil meine Framerate so low ist. So. Da hinten ist der Parkplatz. Da ist der Parkplatz. Der Parkplatz. Der Parkplatz. Der ist da. Ach. Gott. Ich habe echt nichts zu tun. So. Meisee Parkplatz. Einmal stehen bleiben. Sind eh wieder eine Minute zu früh. Ich fahre immer irgendwie zu schnell, habe ich so das Gefühl. So. Der Kollege müsste theoretisch gleich auch noch kommen. Theoretisch. Ich kann ja mal langsam über das Messegelände fahren. Messe an 3 bis 7. 3 bis 7. Nächster Halt. Feld 3. Äh. So. 14 und 17 fährt er hier. Das war immer noch so gewollt. Ich mache das immer so. Scheiße. So. Ganz vorsichtig. Behindertes Kind da sitzt. So. Kollege kommt scheinbar nicht. Hm. Sehr interessant. Fahren wir mal langsam weiter. Freiglände. Messe. Freiglände. Diese Fahrt endet hier. Bitte aussteigen. Gut. Dann steigen hier bitte alle aus, meine Damen und Herren. Und wir fahren dann in die andere Richtung. So. 14, 17. Ich treibe den, glaube ich, gerade an die Limits hier. Aha. Da habe ich meinen Terminus und alles. Ich gehe ja West. Nur bei ihrem Ecke. So, meine Damen und Herren. Hallo. 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 Einmal nochmal. Mein Handy vibriert. Ich wollte eigentlich eine Frage. Ja. Ich habe gerade Wichtiges zu tun. Danke schön. So. Wir müssen eh noch vier Minuten warten. Die stelle ich jetzt mal gerade vor. Gerade noch warten, damit wir gleich auch losfahren können. Boah. Jetzt spring auf null. So. So. Ja, Entschuldigung. Hier ist freie Lände. Das heißt auch freie Fahrt für freie Bürger. Ja. Manfred, du darfst hier eben nicht fahren. Ähm. Ja. Pff. Voll rassistisch. Ähm. Leute. Leute, meine Fresse. Hier sind wieder Leute zu blöd, irgendwas zu verstehen, wenn man einen Scherz macht. Ich habe irgendwas von Ironie gehört. Ihr scheiß Kackspasten. Hier will ja auch keiner raus. Egal. Ignorieren wir mein Handy einfach mal. Upsala. Entschuldigung. Ich lege das einfach mal auf Seite. So. Viel zu früh. Viel zu früh. Viel zu früh. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. So. Dann fahren wir jetzt einfach weiter. Messe. Parkplatz. Ja. Am Parkplatz. Und das noch. Ich höre ja schon damit auf. Oh. Hier muss man mit Schwung um die Kurve fahren. Sonst lohnt sich das überhaupt nicht. Getriebe meint gerade auch, dass wer freizügig unterwegs ist. Ups. So. Ganz vorsichtig. So. Hallo. Ja. 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 Das kennen wir ja schon. Toni-Ebner-Straße. Draht sie. So. Batteriestatus von G-930 bei 28%. Das ist ja schön für dich. Alte Ziege. Das modern Bremsing. Scheiße. Scheiße. Ich bin voll krass stehen geblieben. Scheiße. 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 Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. So. Ich muss hier eh raus so scheiße. Pisser. Ja. Das ist alles so gewollt. War doch extra so. Wo? Linie 14. Ich kriege gerade grün. Da liegt noch eine Ampel. Ähm. Kann man die Ampel da wegräumen? Ist ja richtig kacke hier. Kack. Yes. 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 Scheiße. Leuchtet sogar noch. Batterie. Läuft über Batterie die Ampel. Batterie ist Beste. So. Jetzt blendet hier auch noch die Sonne Scheiße rein. Weg. So. Ich muss auch da lang. Was? Oh Mann. Den habe ich gar nicht gesehen. Pff. Du bist doch auch dumm, oder? Noch nie was von Blinkersätzen gehört hier. Der gehört jetzt mir. Den nehme ich mir mit nach Hause. So. Pff. Ganz ehrlich. Blinkersätzen ist nicht. Blinkersätzen ist nicht. Blinker, 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 Blinker. Zwing, 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 Zwing. Ja, ich halte ja meine Fresse. Ist ja okay. Ich habe es ja verstanden. Es war sehr knifflig hier für Busse gebaut. Leider ist nicht so viel Verkehr. So, du willst nicht hier rein. Will den einer raus. Oh, ich habe Verspätung. Gas. Gas. Ähm. Scheiße. Weingartenweg. 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 Mal beim letzten Mal aufgehört. Jetzt muss ich gucken, dass das irgendwie passt. Wegen Folge, dass wir die pünktlich zu Ende kriegen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und übrigens, nein, ich fahre nicht mit Lenkrad. Ich fahre mit Maus. Lenkrad hole ich mir später. Upsala. Leute, schreibe mir wieder irgendwas. Es tut mir leid, wenn man das im Hintergrund hört. Ich bin halt professionell. Der Weingartenweg. Jetzt muss ich mal gerade auf den Fahrplan angucken. Äh. Weingarten, 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 Weingarten. Oh, es ist noch viel. Oh, da schaffen wir aber noch einiges. Hallo. So. Müllweg. Hm. So. Müllweg. Scheiße. Danke. Danke, Bus. Danke. Scheiße. Fährt der mich hier voll an, ey. Knatschgrüner Bus. Ich muss rückwärts. Pass auf, wenn ich ihn jetzt nochmal ansetze, kriege ich wieder Erscher. Äh. Ich werde erstmal mit auf Seite gehen. Wand, du könntest auch mal zur Seite gehen. Warum komm ich denn hier den Bürgersteig? Das war der Überknickschuss. So. Müllweg. Und hier und öffnen. Machen wir mal wieder zu und fahren vor allen Dingen weiter. Dann eine... Äh. Eine Haltestelle schaffen wir noch. Hallo. Rudersdorf, vergüttel. War das doofach. Sehr geehrte Fahrgäste, hier spricht der Busfahrt. Äh. Megan Corbett. Und im Bereich Rudersdorf, vergüttel, vergütt dieser Bus nicht über mich. Er gab auf Platz. Fahrgäste mit dem Presentier... Ja, super. Dann bricht er mir wieder die Ansage ab. Ich liebe das ja. So, das war noch grün. Busse dürfen das. So. Und wir brennen und fahren ran und... Ja, damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode von Let's Play um sie zwei. Bis dann. Tschööö